Das ist mein Ende da mit dem Fat-Pult. Ich weiß, die Mami ist hausend. Manche haben das mitgebracht. Letztes Jahr haben wir ja auch so eine Idee veröffentlicht. Da eine oder andere hat es mitgebracht. Die hat da auch geschafft, Carsten. Die gibt es bei uns immer noch eine Idee für einen Daugendart. Der nächste Song ist der Fuh und er hat es zusammengelegt. Da geht es darum, dass es manchmal ganz cool ist, wenn einem keiner irgendwelche Grenzen vorschreibt.